Ich brauche eine Pause vor New York. Taxi! Ma, ich komme euch auf dem Land besuchen. Kannst du wirklich nicht mitkommen, Schatz? Sorry, Babe, die Arbeit ruft. Ma! Da ist ja mein Metropolitan Girl! Wer ist das? Das ist Arthur! Agne Arthur? Ihnen gehört jetzt die East River Ranch. Liberty, nicht so stimmig! Ich habe ewig nicht mehr so gelacht. McKinsey, ich empfinde was für dich. Ich kann das nicht. Ich muss zurück nach New York. McKinsey! Ihr Ticket bitte. Einmal nach New York. Zurück nach Hause, was? Ma'am? Arthur McKinsey? Ich will nicht zurück nach New York. Was ist mit deinem Freund? Ich habe ihn abserviert. Er hat mich sowieso betrogen. Ich will hier bei dir sein. Für immer. Liberty!